ähm wie dritte eben noch schwere waffen ne habe ich keine gefunden ich habe auch keine also ich habe auch keine doch ich habe eine aber hier lag keine rum glaube ich ich habe keine gesehen so und ich bin ja einer der das schon mal überprüft hätte was passiert hier hallo hier unten ist der weg ja bullshit oben in der kirche ist auch jemand küche kommen welche von allen seiten ich glaube nur von hinten wo es kommt von beiden seiten mal einfach mal einfach mal einfach mal einfach mal einfach mal hilfe 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 ist wie so ein ding auf mir drauf alter ich versuche den eingangsbereich zu nehmen ist das ein fetter pass auf jude jude hat den ist da im begriff ge uiuiuiuiui hinter uns jules nicht viel hinter dir sehr gut gutes team gutes team mal live alter bei dem spiel dauert auf 180 ich kann die eine sekunde entspannen ich reile mal wieder unseren jad naja der arme soll wieder kurz vorm sterben so wird der verprügelt der sagt ja nix da wird auch boden gescheppert man dreht sich um und denkt die ohr der arme ich habe auch mal ausgesperrt ne ja jetzt bist du da wieder durchgelaufen voll arsch man die habe ich so schön fertig gemacht die barrikade ah bisschen jetzt hier unten oh da war wieder so ein komischer Gas Heino mhm kann aber hochkommen ne hier beiden süßen da ist ein screamer haben wir uns umgekümmert so wir dürfen hier schön weiter rennen alle zusammen so steht noch ja ja wieso habe ich denn keine munition mehr ich bin ziemlich leer aber ich habe auch keine mehr müsste es aber gleich hier vorne was sein wir suchen mal ich habe eine Sprengladung gefunden Leute ja falls was ist Sprengladung ist da hier ist ein MGL sehr gut Fussel ach haben wir irgendwo was zum nachladen ne ne ich habe immer noch nichts gefunden ne scheiß Dreck ey wir müssen aber nachladen also ich muss auf jeden Fall auch nachladen Niklas zu mir stehen bleiben warum nimmst du denn jetzt nicht vier Alter ich hasse dieses Spiel schon jetzt na komm du wirst jetzt geheilt ja ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr ja wenn ihr ne neue Waffe nehmt dann habt ihr auch wieder ähm Dings ne Munition ich bin empty halte dich bereit das Haus zu verteidigen wir haben eine Minute Zeit hier ist Munition oh geil danke Sport Scharfschützengewehr bla 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 EMP was haben wir hier hinten bei Fussel drin was ist hier ne ich habe nur eine Barrikade aufgebaut sehr gut Digga die kommen alle schon ne Alter es soll doch jetzt gleich erst losgehen warum geht es denn schon los weil die sich einfach nicht an unser Ziel halten die sind schon drin die sind schon drin wo kann ich denn nie nachladen und warum ist die Munition das ist doch unmöglich hier man kann immer noch mal eine Barrikade aufbauen Leute ne will ich gesagt haben überall ihr könnt immer wieder Barrikaden bauen da ist ein dicker draußen ja der kommt schon gleich rein da kann ich mich verwenden ne der ist gerade irgendwie gestorben der arme Kerl ich will keinen Leuchtturm ne Wachtturm haut ab ihr Zeug Jehovas mach das noch mal ne der ist irgendwie gestorben ha Tür zu keiner da Toll ich krieg den Schreier nicht Alles gut bei euch? ihr ruft ne wenn was ist Naja der macht das sehr gut gut durchhalten oh fuck my life ich muss noch kurz hier Munition auffüllen und ich komm nicht an den scheiß Screamer ran da steht der hinter dem scheiß LKW verpiss dich also nicht du dich sondern hier die ganzen Gegner man kann man kann so ne oh danke 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 ich hab auch eigentlich den Professor gefunden nur für den Fall der Fehler nur für den Fall der Fehler nur für den Fall der Fehler wo ist denn der Niklas? läuft der irgendwo rum? ja stimmt und hier ist jetzt sehr spezifisch ich hab dich doch gerade noch gesehen wo bist du denn schon wieder? hier im Vorgärten bleib mal stehen ich bin bekannt boah leute also noch ist alles sehr gut ne ich halte es noch aus ich will nur für ein bisschen dramatik sorgen hier naja alles gut boah so neue Barrikade baue ich boah sauber scheiße haut alle ab hoch ab das sieht doch gut aus hier ich hab da gerade noch diese komischen Kisten gesehen wo sind die denn schon wieder? wer klopft da? hier klopft jemand? hier möchte jemand rein? könnt ihr dir mal die Tür auf machen bitte? Schreier ziehen Zombies an wo ist der? ja das weiß ich kriegst du den? nee ich glaube ich hab ihn ich hab ihn scheiße super neee komm neee ich hab ihn ich kann ihn nicht treffen von hier aus die sind drin auch nicht richtig aber die sind drin ich geh mal hoch ich hab ihn von oben kriege die sind alle drin da sind ganz viele Zombies drin da sind ganz viele Zombies drin hi ich muss von oben verteidigen ich muss ich mach unten die Barrikaden wieder passt du hier oben auf ist alles ist alles ist alles sicher? oh sauber Leute sauber richtig gut seid ihr interagieren ja ich machs noch nicht wir haben alle alles aufgeladen ist ja ich hab alles aufgeladen ja hier ist irgendeiner der mich draußen ich werde verhauen ich kann mich nicht verteidigen was mache ich jetzt ist alle da dass ich mehr viel leben digga ja schön dass du dich neben mich stellt ja was machst du ja wie was machst du ich mach meinen job und ihr stellt euch neben mich und dann nehmt ihr mir mein medipack weg und wer hat das hier unten rausgenommen hat ihr seid mehr kollegen hier hey gorilla du noch eins soll ich dich aufladen wo bist du mein schatz ich bin unten irgendwo an der munitionsküche irgendwo sind zombies irgendwo sind zombies ich bin hinter dir ne ach das so ich mach das ja dann müssen wir jetzt mal mit der tür interagieren weil wir sind mit dem typen da oben hier ist eine schwere waffe eine scharfschützengewehr ich glaube fußel hat keine schwere waffe bei dem ist das egal welche denn macht bumm du hast keine du hast keine hinten drauf ich habe sie auch in der hand oder auch nicht ist doch ich habe eine schwere waffe vorsicht da ist ja so eine komische waffe glaube ich als fachet ich brauche hilfe ja das ist ein fetter finde beide aktentaschen ok 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 machen wir ich gehe nach oben jude will wieder verkloppt ey fuck my life ey leute ich weiß nicht wo ihr seid ich bin oben hier ist munition aufladen hier drin in diesem laden hier wo man als erstes reingehen kann soll soll kann hier sind flammenwerfer mag jemand einen flammenwerfer fussel nein ich kann nicht aufladen wieder ich werde ich auf du das ist mir egal der kann sterben oh die monster schlimm mit denen hier ist eine springladung ich nehme sie das ist ja wie eine achswerbung hier alle wollen sie zu einem springladung ist platziert da sind zitter achtung am container springladung ist es down ist down springladung hat funktioniert waffe kettensäge ich bin da nicht mehr vor sich wo ist jude jude läuft hier irgendwo rum jude bleibt stehen sehr gut sehr gut kümmerst der arme dem sonst sonst kümmert sich keiner um den gegenteil die zombies kümmern sich alle um den vernaschen weil jemand oben war oben irgendwas in dem gebäude ja eine akte war stimmt man ist ja mit dem komischen typen der da in seinem haus gefangen war in dem glaskasten der ist egal wir sind munitions tings ganz gut ich bin bei dir weiter auf springen ich bin immer hinter dir her gut hat jacken tasche sehr gut kehre zu green gold zurück also zurück ins haus ja ich glaube fuzzle hinterher kommt wirklich tut wenn sei der hier bleibt draußen voll spaß die da ist wieder irgendein krimer alter warum sind sie dann schon wieder bei mir wer die ganzen zombies da diese eine million wir müssen wieder barrikaden machen verdammte scheiße oh mein gott überall barrikieren barrikadieren ich mache ich mache das ist mein objektiv das ausgeschlagen gradiere nein scheiße das ist jetzt doof niklas alter ich versuche es noch vor zu schaffen ich weiß nicht mehr ich weiß gar nicht wo du bist ich habe keine ahnung wie ich zu dir komme ich bin tot ich bin tot ich bin tot lass es fuzzle du musst wir müssen unten die barrikaden aufrechthalten damit wir haben hier oben einen hinter dir ist ein dicker wir haben hier oben auftrag wir müssen nämlich unsere geile retten er hat mich weißt du jetzt warum es gar nicht so schlecht ist dass ich oben bin du weißt du gar nicht oben wären wenn wir hier nicht alles zu hätten ja dann wenn wir mal zu machen mache ich gerade kommen übrigens immer balkon das heißt mit deiner barrikade hätte sie nicht so viel zu so aufbauen wieso müssen da hoch zu dem otto da ich komme ja nochmal hoch ja hier so freund und feind oh man oh ja sauber ja hinter dir bin ich ja 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 Wir rösten uns den kleinen Zombie. Ich muss mich mal eben desinfizieren. Man kann hier übrigens auch seine Munition auffüllen, Leute. Falls jemand muss oder möchte. Ja. Boah, hier kommen so viele Leute. Alter, fuck my life. Oh, ist es schwer, meinen Job zu machen hier. Meinen Job zu machen hier. Oh, danke. Zombies, wo ist der Hubschrauber? Oha, oha. Alter, ist einer der explodiert. Oh. Fuck my life, Alter. Ich muss mich selber heilen. Achtung, die Kante hat mich. Hinter. Havin, 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 Havin. Ja, ja, ja. Ist aber auch schnell, die fette Kuh. Unglaublich. Munition. Wer braucht Heilung? I'm in bad shape. Need mads. Äh, gerade noch keiner. Okay, weiter, ne? Ja, wir sind weiter. Okay. Will nochmal eben jemand hier, äh, äh... Oh, Niklas ist schon wieder weg. Der ruht da nicht. Komm in den Ler, oder? Wo ist der Motherfucker Screamer denn? Oh, der kriegt ja so einfach in seinen Arsch geschossen, der Wichser. Komm doch da weg, Judge. Oh, ein Kobold. Oh, ja, 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 ja. Automatik-Geschützturm. Verteidige den Hubschrauber. Alles klar. Habe hier ein Ding aufgestellt. Da unten hast du, okay, gut. Ich auch. Man kann ja nochmal an die Munition auffüllen. Also von der Seite, wo wir angekommen sind, kommt gerade eine ganze Horde. Und ein Dicker. Er ist tot. Achtung, die kommen jetzt von der anderen Seite. Ja, pass auf, hier sind echt noch ein paar. Ich versuche halt, alles niederzuhalten, aber das sind echt viele. Da hinten kommt schon wieder so eine ganze Truppe. Oh, fuck, Alter. Wo kommen die denn jetzt alle her? Ich schätze mal Schwellen. So ein Spacko, ey. Gut gemacht. Boah, ich muss noch kurz mich aufladen. Brauche ich die Munition. Haben wir irgendwo welche? Ja, ja, am Hubschrauber. Boah, Junge, ey. Das ist so ein Spiel, da kann man echt... Da muss man richtig Gas geben, ne? Erreiche den Hubschrauber. Wir können uns alle hier hinstellen, dann geht's los. Niklas, kommst du? Ja. Genau, sehr gut. Wetten wir, ich hab wieder nicht genug getankt. Würde mich nicht wundern. Immer schön sparsam, weißt du? Anstatt mal schön mit der Armee Kreditkarte zu bezahlen. Ne, lass uns Sprit sparen, weißt du? Eiei. Heiliger Böbenbann, das war wieder eine Aktion jetzt. Boah, ich werde auch immer schlechter, habe ich das Gefühl. Ja, ist klar, der Fussel hat keinem Spieler geholfen. Ich hab keinen... Nö, es klappt. Ja, ja. Aber Gegenstände, elf ist klar. Alles, mein Job. Elf, mein Job. Ja, ich nehm meinen Job ernst als Looter-Killer. Ja, 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 ja. Weil du der Looter bist. Naja, ich weiß. So, ich hab die MP schon auf Stufe 3. Ja, es geht dann ab. Hier, die MP, da kann ich schon die nächste wieder freischalten. Ja, hier, das hier auch noch. Mösser Präzision höher. Und die... Oh, scheiße, da brauch ich noch ganz schön Moneten für. Fuck. Mit dem Sportkaliber beginnen. Blablabla. Wird auf Stufe 10. Du beginnst mit dem Sturmgewehr. ARK oder PAC? ARK oder PAC? ARK oder PAC? ARK oder PAC? Ich will mit dem PAC beginnen. PAC, deswegen geh ich mal auf Klasse. Ist das das PAC? Ja, bam. So läuft das doch gut. Wie läuft's bei euch? Oh, ich bin's für dich. Ich würde gerne mit euch einen Spaziergang am Toten Meer machen. Im nächsten Level werden wir das wahrscheinlich wieder sehen. Aber das wird, denke ich mal, für mich das letzte Level heute. Bitte? Was? Heute ist lustig, weil es nur 17 Minuten heute ist, ne? Aber... Ja, ja, und dann fängst du morgen wieder an. Ihr habt alles aufgerüstet? Hier kann man was aufgerüsten. Naja, du kannst hier deine Klasse, kannst du dir Skills freischalten, also weiterbauen.